Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite und es gibt den neuen Emote Träumerfüße, den werden wir jetzt mal mit dem kompletten Spind durchspielen, also bleibt einfach dran. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben lassen und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So, dann legen wir jetzt einfach mal mit dem Teil hier los und gucken mal, wie sich das dann anhört. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.